Digga, stell dir mal vor, du hast einfach diesen, äh, what to the final, äh, Messi drinne. Oh nooo, ich bin froh, wenn ich hier einen 84er rauskrieg. Oder vielleicht irgendeine spielbare Karte ist schon geil. Oder überhaupt erstmal Walkout. Ja, ja. Na dann, komm. Oh, so Pogba, alter. Nee, darf ich dir einen Walkout? Hast du einen Walkout? schmutz nennt sich diese karte